Willkommen zurück zu Lego Jurassic World, hier im nächsten Gebiet. Wir brauchen hier einen Dinosaurier. Das ist klare Angelegenheit. Ja, simpler Parcours. Der ist echt simpel. So, ich glaube das OBS kommt da gerade gar nicht hinterher. So schnell wie das gerade hier geht. So, dann haben wir hier noch etwas in Bewegung zu ziehen. So, dann brauche ich jetzt ihn. Mal kaufen, den Pechvogel. So. Aha. Gyrosphäre. Peter Ladlow. Der will Stress. Hatten wir schon vierfache Punktzahl freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Äh, hä? Okay. Wenn ja, ich habe ihn nicht genug. So, das Dinofeld war da. Aber ich kann, doch ich kann. So. 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 Das brauche ich allerdings. Den habe ich gar nicht. Den langen Hals habe ich noch gar nicht. Den brauche ich aber hier. Kann ich das auch mit dem zerstören? Geht. Gut. Weil sonst, äh. Hätte ich echt nicht gewusst, wie ich das machen soll. Bueno... No. No. Oh, no. So, ich guck mal gerade im Unterext was, ja Punkt mal 4 ist zum Kauf verfügbar. Ich werde das Geld zusammen fahren und wir haben dieses Gebiet natürlich abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal, dann gehts weiter, tschau!